Das ist ein gesunder Gebirgsbach im Engadin. An diesen Bachen gedeihen auch allerlei Pflanzen. Da klettern ich jetzt gerade rauf, um von einer gesunden Lerche ein paar Knospen zu holen. Denn die Lerchenknospen enthalten nicht nur viel Vitamin C, sie enthalten etärische Stoffe. Das ist ausgezeichnet für Tatungsorgane und für Bronchien. Wir brauchen die Knospen auch, wie auch dann Knospen für Sander Sabine, einen Sirup zu machen.